schluck willkommen zurück hier in echo sorry dass ich die letzten folgen extrem schweigsam war aber ich kann euch beruhigen wir sind kurz vor dem endgültigen durchbruch ich habe in der zwischenzeit auch im beisein meiner freundin ein bisschen weiter geschuftet hashtag freundin regelt hört sich auch ein bisschen falsch an entschuldigung aber ne wie ist wie ich meine letzten endes äh letzten endes was sollte ich sagen mit ihr war halt möglich dass ich das so weit bringen konnte wie geplant ich habe das jetzt wirklich nicht mit cheats gelöcke keine ahnung wie man das auch cheaten sollte dass ich so weit komme aber letzten endes wir sind so weit ich habe hier inzwischen auch ich glaube drei vier holzkachen stehen das ist jetzt glaube ich der fünfte ja ist der fünfte weil die lager auch alle voll sind wo zwischenzeitlich beim tunnel graben musste ich auch noch mal ein paar bäume fällen weil die waren extrem im weg und hier wie man sieht kommt die oberfläche auch zum vorschein die letzten basalt die letzten basalt das ist halt gesteine werden jetzt alle raus geschürft wenn wir durchgebrochen sind dann hole ich wieder asphalt her und steinziegel schon mal um die wand fertig zu kleistern so läuft alles läuft zwar nicht gut so Und jetzt bring ich mir aber Fädelein hier. Und das noch leben. Ich weiß gar nicht, das sind schon die nächsten Bäume. Ich weiß gar nicht, das sind schon die Bäume. Und jetzt habe ich hier Faden verloren. Und jetzt habe ich hier Faden verloren. Ups. Ich muss ja einige Bäume jetzt fällen. Was soll ich hier nicht? Komm, schau den Augen mal weg. Oh, falsche Richtung. Falsche Richtung. Wenn ich das nicht besser wusste. Da würde ich doch alle wegheizen. Nur der gehört definitiv wegheizt. Das Gezellere schlägt ja überall an. So, zack, zack. Wo wäre ich wohnt in ein Altersheim? Ich bin ein Altersheim. Das ist ein Altersheim. Der hat sich mal an. Das ist ein Altersheim. Das ist ein Altersheim. Das ist ein Altersheim. Was soll ich an? Aber der Bonbon hat jetzt doch gerade ziemlich genervt. Aber wieso komme ich dauernd auf Rechtsklick? Oh weh, ich glaube, ich sehe gleich wieder nichts mehr. Ich bin schon wieder hypnotisiert von einem Sack. So, das dürfte auch, ah nee, noch nicht. So, das ist gut. Gute an. So. da muss ich jetzt kurz zur Schaufel greifen sag mal jetzt geht schon die Pest los ach das ist Lehm dann geht schon die Pest los bloß aufpassen dass ich nicht den Faden verliere verliere Ah, Bonfam. Oh, warte mal, jetzt muss ich aber doch mal hart eingreifen. So, das sind jetzt aber die letzten Wasserbrocken. Ich weiß, dass... Amen. 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 Wo ist denn jetzt das Ende? Na komm schon. Mal sehen, ob ich überhaupt noch alles unterkriege, so viel hier ist. Winterwald, ne, sehe ich jetzt gerade nicht, Fräulein. Oh, da haben wir noch mehr. Na komm schon mal. Ja. 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 Ach ne, das ist ja noch mehr. Guck an. Oh, 200. Schaut so aus, das bräuchte ich noch einen packen. Ja. Ja. Ja, das ist mal alles. Ja. 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 Ah, tut mir leid, slide um das ganze Gegrisse, was ich jetzt noch nicht mitnehme. Ach du Scheiße. Oh, hier schaut's aus. Das ist ein Leben hier im Weg. Aber hey Leute, wir haben, wir sind durchgebrochen. Wir haben, denn wir haben, Alter, wir haben. Gibt da noch einer? Was ist denn jetzt los? Ach, Chewy streamed schon wieder. Wie jedes Mal, wenn ich aufnehme, wa? Ich merke das schon. Ähm. Ich merke das schon wieder. So, weg. Na gut, der Baum muss weg. Und, pfff. Wie ist die Verheerung auch ausbreitet? Meine Fresse. Das ist schon mal kalt steindig. Die Verheerung.